Hallo meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, was können wir essen? Das können wir mal essen. Dann meine Lieben, also sobald jetzt ein Schneesturm kommt, werden wir aufbrechen und zurückfahren. Ich möchte nichts riskieren. Ich möchte nicht, dass wir hier verenden. So, haben wir alles mit? Ja, ich würde schon sagen, eigentlich könnten wir die da auch alle reintun. So, was haben wir denn eigentlich? Wir haben die Schüche. Ey, ich... Ja, ohne Schild wird schwierig. Kann an der Werkbank hergestellt werden. 25 Eisenbrocken, super. Super, na, da sind wir aber dabei. Da sind wir dabei. Da hast wir... Och Gott. So, wir müssen zurück. Ohne Schild, nö. Oder zumindest mehrere Speere. So, dann werden wir hier entlang dieses Berges fahren. Oh, ist das schade. Ist das... Naja, egal. Wir haben ja... Ja, super. Wir haben ja ziemlich viel Loot bekommen. In den beiden Dörfern vorher. Moment, nur mal kurz. Nur hier nicht. Hier lang. So, viel Loot bekommen. In den beiden Dörfern. Das war ja gut. Das war ja... Oh. Oh, was für eine schöne Nische. Hole Gasse. Man könnte eine schöne Brücke drüber bauen. Und oben drüber die Bays. Ja, ja. Wir werden wiederkommen, meine Lieben. Wir werden wiederkommen. So. Ah, da schauen wir, wie wir da jetzt durchkommen. Und dann holen wir uns ein bisschen Ölschiefe. Auch nicht schlecht, meine Lieben. Auch nicht schlecht. Ah, super. Nein. Gut, wir sind eh schon am Rückweg. Ja, ja. Der Schneesturm. Minus 36 Grad. Gut, dass wir zurückgefahren sind. Jetzt stellt euch das vor. Wow. Okay, das wird auch eine kleine Ölschiefe-Erfahrung. Wo das Schild hin ist. Ja, wahrscheinlich kaputt. Ah ja, kaputt es ist. Ah ja, kaputt es ist. Du nicht nutzen es kannst. So. Sind wir bald da? Müsst ihr in eine Straße? Müsst ihr kommen? Jawohl. So. Jetzt fahren wir da. Wir biegen dann gleich mal links ab. Zweimal links abbiegen. Ist zwar ein Pech, aber es ist nicht aller Tage Abend. Minus 36 Grad. Ist aber auch kalt. Aber dass wir kein Schild haben, das ist so traurig. Gut, der Speer war ja auch schon ziemlich abgenudelt. Den müssen wir schleifen. Sonst verlieren wir ihn wieder. So, da vorne geht es dann gleich nach links. Dann kommen wir durch Trade City. Wir werden das mit einem Sandstein auf eine andere Wahl verlegen. Ja, da sind wir ja bald zu Hause. Ach schade. Ursprünglich war der Aufbruch ja geplant, damit wir Technik bekommen. Ah ja. Wobei, irgendwann wird der Winter enden. Und dann können wir diesen langen Ausflug nochmal machen. Da war aber dennoch interessant, dass wir so schön gelootet haben. Das war gut. Hallo. 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 Gernotisch. Nur noch 27 Gatepoints. Gernotisch. Ja, wir sind ja echt gleich da. Gut gelootet, gut geplündert. Leider ist das Schild zerstört worden. Tja, man kann nicht alles haben. Halt deine 10 mal hier hin. Danke. 16 Hitpoints noch. So, gleich sind wir da. Ah, 12 Hitpoints noch. So, rein ins beschauliche Hütchen. Gleich zum Ofen stellen. Körpertemperatur. Oh, wir wären tatsächlich aber wie erfroren. Oh, okay. So, bringen wir mal die Sachen weg. Stoff und Tier. Erste Hilfe hier. Ja, wobei 2 behalten wir uns natürlich. Dann haben wir hier. Da behalten wir uns 3. Da auch 3. Das kommt da runter. Das ist gut. Das bringen wir gleich rauf. Wo bringen wir das hin? Da, ja. Okay. Okay, so. Ja, ja. Alles gut. So, das können wir essen. Das können wir essen. Das können wir trinken. Das lassen wir da. So, und die Leber würde ich aber echt gern grillen. Jetzt hört es auf. Kaum sind wir zu Hause. Hört es auf. Ja, hier, hier, hier. So, 200 Wasser. Hauen wir uns gleich ein Wasser hier. So, haben wir mal hier, haben wir mal hier und gleich das nächste holen. So, dann den Speerschleifen und wichtig, sehr wichtig, ein Schild bauen. Den Schild brauchen wir ganz dringend. So, da haben wir Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser und Wasser. So, einmal noch. So, schau her. Super. So, sauberes Wasser, sauberes Wasser zum Löschen. Jupp, und ihn hier. Gelöscht. Sehr schön. Machen wir gleich mal die Taste aus. So, Brocken, Brocken, Brocken. Da haben wir das hier. Dann haben wir hier ein Fragment. So, Bastelzeug, ein Seil, erste Hilfe. Den, den, passt schon. So, Elektrik und Mechanik. Den, den, den. Und Plastik natürlich. So, er hier. Ja, nicht wirklich er hier. Und er hier, ja. Tier. Und das hier. So, beim Bastelzeug gehen wir da auch das rein. Rinde. Jawohl. Jawohl. Okay, da ist ja echt nichts mehr drin. Das machen wir gleich. So, Brocken, Brocken, Brocken. Der kommt rein, der kommt rein. Dann haben wir hier noch ein paar Fasern. Da sind Stoffe. Nö, aber hier. So, Nägel und Schrauben. Tier, Federn, Fette, Talg. Oh, das hat keinen Platz mehr. Okay. Talg. So, Brocken haben wir da. Brocken, Brocken. Treibstoffe, ihn mit ihm. Samen bringe ich nur schnell nach oben. So, nein. Hier, ja. Eins, zwei, drei. Haben wir da noch was? Ja, ja. Das packen wir da rein. Und da ist nur ein Platz. Okay. Da ist ein bisschen mehr. Aber den, 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 den. Super. So, jetzt geht's los. Alles raus. Alles raus. Alles raus. Alles rein in die Frequenzdingen. So. Mitnehmen. Wunderbar. Dann hier mal rein. Sehr schön. Hier mal rein. Wunderbar. Hier mal rein. Ah, das ist schade, dass wir den einen Dorfausflug nicht machen konnten. Nicht fertig machen konnten. Ja, wir haben nachholen. So schlimm ist auch nicht. Vielleicht. So, super. So. er hier ab in die kiste jawohl so bis wir 75 haben so war sehr schön das ist doch toll das ist doch toll wollen uns in restauern auch kommen was so ein schöner tag heute so schön hell und alles war ja das mag ich so dann schauen wir dass wir uns irgendwie das schild machen den schild so was brauchen wir für schild wir brauchen für schild drei bretter ok alle raus raus dann ja hier und alle warten noch oder wir holen jetzt mal drei bretter das war glaube ich um eines zu viel ja passt hier nicht aber hier so an die bergbank 25 wir mal 20 25 bretter beim so raus mit dem spiel hier ja das war auch knapp mit dem spiel schon in wirklichkeit es ist jetzt nicht nur ja so wir machen hier dicht genau ja kommt einer noch super so löschen dann hier drüben alle aus hier löschen ja das gut aber ich hätte gerne hier zehn waren dann wenn das fertig ist wir haben hier oben einen einzigen waren noch und ja wir müssen die die fans noch fertig machen wir haben erst auf dieser seite das reicht natürlich bei leibel nicht aber man kann nicht alles haben alles zeitgleich wäre zu viel so dann haben wir das da wobei dass man nur den vier da drinnen ein super so und die legen wir da auch mal drauf einfach so dass sie aufgelegt sind so und dann würde ich versuchen mit den vorhandenen mitteln also auf was wir auf jeden fall brauchen ist die stromtechnologie beim so was wir auf jeden fall brauchen ist batterie dann brauchen wir wir nehmen ein solarmodul ja okay so soweit so gut was haben wir eigentlich februar super was für nachmittag okay ja ist gleich durch so wenn wir jetzt bauen jetzt hier war es der um wir brauchen auf jeden fall so ein verteiler auch vier auch zwei kopfer waren zwei kobalt waren ich glaube das haben wir gar nicht das zeug da müssen wir wirklich umstellen wir müssen da drinnen umstellen super zwei nach 12 aber wir löschen mal hier die bachen die man mit da rein so wir stehen jetzt hier um auf weg von den lassen wir auf steine den da nehmen aus aber die teil da drinnen stellen wir um von steine auf mach was du willst ja wir wir brauchen alu wir brauchen wir brauchen wir brauchen hier alles ich den jetzt umgestellt ja den auch da haben wir das letzte material für habe ich gehofft für den stahlbarren für den einen den wir für die öl dingens brauchen wobei wir hätten noch einen punkt für die öl dingens ok einen punkt haben wir noch kann man tatsächlich machen ok so rein da dann würde ich das mit ihm hier herstellen und den da raus dafür den da rein so einmal noch ebenso den da den machen auch noch so jetzt stellen wir die produktion um kohle da rein rocken amatida das gut so das lassen wir da oben drinnen sehr gut der da bleibt auf stein eingestellt so alles drin alles gut wir trinken einen schluck jawohl wunderbar so das machen wir jetzt auch gleich fertig drinnen dann ausbau solange noch winter ist kann man das ja locker machen wunderbar ja wir werden die die fans jetzt ein bisschen vernachlässigen ein bisschen aber es muss sein meine lieben es muss sein so hier haben wir ist das gerade ja wunderbar wunderbar dann haben wir auch kommen so das machen wir nicht sondern 1 2 na 2 und 3 und 4 5 so da hinten mit dem fangen an ups ich schon durch super so aber das löschen wir gleich wieder so eine raus löschen und alle raus und löschen super fragments kommen da ein so da haben wir die barn na und da haben wir irgendwo stahl hier bam 20 stahl waren das werden wir für die ölpumpe brauchen so das hat gerade wie ein fuchs ausgesehen oh mein gott ich krieg verfolgungswaren so 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 da war ein mit uns türkern zu da habe ich den drin und den drin super 2 hätten wir noch aber dazu kommt es hier dazu kommt es Moment ja wir brauchen ja wir haben zwar ein fenster hier aber wir brauchen es ja nicht wirklich da wird es dunkel ja ja wir machen dann licht sehr schön so so platzierbar lager da machen wir jetzt noch einen das wäre verein wir brauchen sechs stück das passt exakt wunderbar wunderbar super so und er hier kann da wunderbar drauf sehr schön so dann haben wir hier elektrik mechanik mechanik plastik und kabel wunderbar wunderbar und der gabel kommt hier her so stoff tierprodukte ist das 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 wunderbar wunderbar oh ja na das natürlich auch so so kann man den und das zeug auch da rein so hier beim bastelzeug mal irgendwo hier fett teig so super die sind noch frei wir werden dann noch fertig gemacht wie viele bahn haben wir 18 nicht das heißt wir können nicht noch einen extrakt höher machen aber so auch treppe so wenn wir die rampe hier dazu brauchen wir natürlich ja 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 dazu brauchen wir natürlich ein fan the main zuerst mal von dem meint hier jetzt sagt zwei neben der straße so der sie im weg das macht aber nix so dann haben wir treppe moment wir müssen von oben beginnen glaube ich müssen wir von oben beginnen das ist eine gute frage eine gute frage so darauf wollen müssen wir irgendwie versuchen nach oben zu kommen am besten mit einer treppe ist hier mit einer treppe das beste da unten geht es immer weiter runter das hilft gar nix so ein schöner felsen nö da ist kein aufstieg das wird wunderbar zu verteidigen sein meine lieben ich glaube da werden wir viel spaß haben sehr viel die frage ist nur wie kommen wir als erstes mal rauf so wenn wir da eine treppe bauen nö ok ein fundament so zum beispiel wir müssen das da vorne anbauen so zum beispiel hier so und wenn wir jetzt sagen holz ich hier mal holz einfach so gemütliches holz so so was man noch brauchen hier ist sägebänke so wir machen mal hier ja was weiß ich also wir können da gar nicht so weit runter bauen da wärs gerade gewesen da wärs gerade gewesen ja ja Okay, dann eben hier. So, sehr gut. Dann holen wir gleich noch mal. Ich will die Bio wieder abstellen. Das sieht zwar super aus, aber ich mag diese durchgehende Schneedecke eigentlich. Ja. Alles Geschmackssache. So. So, was fehlt hier denn noch? Das 3 von 4. Okay. So. Das ist nicht hoch genug, sehe ich gerade. Okay. Vielleicht können wir es dann noch eins höher machen. So, Treppe. Hier. Jawohl. So, und hier. Treppe. Ja, das ist ganz gut, aber... Jetzt müsste man halt wieder flach werden. Ja, oder eines noch, aber dann würde der auf der Straße stehen. Stört das? Einer steht sowieso dann auf der Straße. Ja, das kriegen wir auch noch hin. So. Aber wir müssen uns schon hinlegen. Jetzt haben wir die Rampe so schon begonnen. Ich habe ihn gehört. So. So. Okay. Ja, ja, ich höre ihn, aber ich hoffe, wir werden kein Problem mit ihm bekommen. Oh, jetzt gehen da wieder so viel. So, ja, ja. Ich lasse ihn mal hier stehen. So, also theoretisch. Wir müssen die Folge langsam beenden. Und er geht auch schon so. So, das dann immer mit. Das dann immer mit. So viel wir tragen können. Super. So. Wir machen mal den hier. So, dann haben wir Treppe. Den hier. Dann machen wir Treppe. Den hier. Und danach. Ja, okay. Danach geht es auch nichts. Das heißt, wir holen uns mal hier Bäumchen. So, es wird später nämlich eine Doppelte werden. So, Treppe, Rampe. Wunderbar. Herrlich. So, und wenn wir da jetzt raufklettern, dann sind wir noch nicht weit genug oben. Das ist negativ genauso. Jawohl. So, und wenn wir hier jetzt ein Fundament dransetzen, ist das die Frage, ob das hoch genug ist. Wow. Ich sehe ihn nicht und das macht mich noch mehr nervös, als würde ich ihn sehen. So, komm, eine Ladung holen wir uns noch. So, So, rauf damit. Ist das hoch genug oder gehen wir noch eines höher? Ich glaube, es ist besser, wir gehen noch eines höher. Bam. Ja, ja, ja. So, und jetzt ein Fundament. Fundament. Wunderbar. So, und jetzt planen wir mal hier. Fundament. 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 So. Runter mit uns. Ich hoffe wirklich, dass die uns das nicht zerlegen. Überall höre ich den Fuchs. So, wir gehen da mal rauf. Wenn wir hier eine Platte geschaffen haben. Ah, da fehlen wieder Bretter. Da fehlen wieder Bretter. Ei, ei, ei. Okay. Vielleicht kriegen wir das noch hin in der Folge. Weh. So, ich meine, letztlich alles gut. Gut, wir haben den Schneesturm überlebt. Das war ja auch so ein Thema. So. Ja, die zwei bringen wir auch noch rüber. Das hätte anders ausgehen können, meine Lieben. Ganz anders. So, wir scharnabben uns das für da oben. Okay, das passt hier. Dann würde ich sagen, Moment. Super. Da sind alle vier drin. Da sind drei drin. Und da hinten haben wir jetzt noch zwei rein. Moment, so. Geht's ja auch. So, und was ich auf jeden Fall tun möchte, ist diese Dinger da nach oben übersiedeln. Die da. Das kriegen wir heute noch hin. Hoffe ich. Nö. Nö. Können wir hier keine Landbesitzmast machen? zu nahen Bestehenden. Was ist, wenn wir den Bestehenden versetzen? Wir schauen nochmal, welchen Radius die hat. Aber wir müssen schlafen gehen, meine Lieben. Wir müssen nicht schlafen gehen. Okay. Das ist ja alles außerhalb. Das ist ja alles außerhalb. Okay. Ja, das hilft dann nichts. So. Wir holen uns Brettchen. Hölzer. So. Werfen das mal da rein. Fitzel Arbeit wieder mal. Fitzel Arbeit. Ja komm. Schneesturm. Den brauchen wir jetzt auch noch. Minus 41 Grad. Super. So. Und zwar. Fundament. Wenn wir da nach vorne gehen würden, dürften, könnten. Können wir nicht. Können wir nicht. Gut. Ja, dann müssen wir uns das in der nächsten Folge ansehen. In der nächsten Folge. Schade aber auch. Das wäre die Lösung gewesen. So. Jetzt aber schnell nach Hause. Man sieht gar nichts mehr. Wow. Wow. Ja, das war knapp. So. Das kommt da rein, da rein, da rein. Da haben wir Bastelzeug. Bam. Wir haben ein bisschen Rinde. Wunderbar. Da haben wir ein paar Bretter. Die legen wir da rein. Tür zu. Auf nach oben. Und hinlegen. So. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das in der nächsten Folge morgen Sonntag? Aber da werden wir eine gute Lösung finden. Da werden wir eine gute Lösung finden. Ja. Ich freue mich schon irgendwie. Ja. So. Schauen wir da mal. Wow. Basteln im Schneesturm. Großartiges Erlebnis. Und Blick aufs Häuschen. Meine Lieben, da unten ist es. Wunderbar. Da sieht man es ein bisschen, sieht man, wenn man genau schaut. Meine Lieben, das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen. 10.15 Uhr. Bis dann. Tschüss.